So, hier sind wir jetzt auf dem Weg Richtung Strand, auf dem Weg Richtung Strand ist hier dann der Uppupul in Lana Beach. Das heißt, hier ist keine Musik, keine Animation. Es ist trotzdem so, dass hier eine Bar mit dabei ist, dass die Leute nicht so weit laufen müssen. Aber es ist total ruhig hier. Und hier geht es dann weiter zum Strand.